Verdammt, Sven, was war das heute für eine Scheiße? Ich hab ihn nicht erkannt. Ich glaub dir das nicht, Sven. War aber so, Mann. Ich war komplett unter Schock. Da rennt jemand mit einer Waffe auf mich zu. Das war Rob. Alles war genau gleich. Ich hab ihn nicht erkannt. Wie kommt er überhaupt darauf, die Nomad zu überfallen? Keine Ahnung. Die waren vorhin noch mal bei mir. Die haben rausgefunden, dass wir mit Rob auf der reichen Schule waren. Ich weiß. Bei mir waren sie auch. Die finden das raus. Niemand findet was raus. Die haben nichts in der Hand. Aber die haben uns auf den Kieker. In einem Jahr redet keiner mehr davon. Ich hab heute aus Notwehr geschossen. Niemand interessiert sich für den Überfall vor vier Wochen. Die Handlebtäter sind heute. Niemand sucht das Geld, weil die denken, es ist zerstört. Wenn wir jetzt die Klappe halten, kann uns niemand was. Aber die haben nur noch mal bei mir. Und dann tun wir auch die Klappe. Und dann sehen Sie ein. Alles war die Klappe.